Es ist ein bisschen Standmeditation drin, ja? Gut, jetzt kann es die Idee weicher werden, aber so sehr gut, gut. So, zunächst mal, das Wichtigste ist, es geht um die Wahrnehmung des Energiewalls hier. So, das ist erstmal das Wichtigste. Und später geht es um die Wahrnehmung des Weges. So, und noch später geht es um die Wahrnehmung dieser Position. So, und alles ist unterschiedlich. Du schiebst einfach waagrecht vor. Dann wendest du, in der letzten Hälfte habe ich dir gesagt, ja? So, und jetzt guckst du, dass du 10 Zentimeter höher bist. So recht ist das ein, dass du 10 Zentimeter höher kommst. Und dann gehst du über die Linke. So, und dann mal die Nuancen durchspielen, dass du da Sicherheit gewinnst. Sicherheit gewinnst du, wenn du so machst. Mach mal mit mir. So, dazwischen bewegt es sich in vielen Variationen, aber erstmal Sicherheit gewinnen. Da, den Kopf nicht zwischen die Arme nehmen, der Kopf bleibt oben, also nicht so. Der Kopf bleibt höher als die Arme. So, und mach mal weiter. Du schiebst vor. Du beginnst dich nach vorn zu beugen. Du streckst durch und du dehnst den Rücken. Du streckst dich richtig. Das kann ruhig ein bisschen knacken. So, und jetzt ziehst du zurück. Beim Zurückziehen richtest du dich auf. Und wenn du die Hände zurückziehst, bestrahlst du den Unterleib. Gut. Vorschieben. Dehnen. Strecken. Dehnen und strecken. Und beim Zurückziehen aufrichten. Und jetzt Leber und Milz mit den Handinnenflächen bestrahlen. Und dann Ausgangsposition. Ja, genau. So, wenn du zurückkommst, sind die Hände und Finger gerundet. Aber wenn du ganz zurück bist, ein bisschen darauf achten, dass du die Hände wieder ein bisschen gerader machst. Ne, ne, geht anders. Schau mal. Vorschieben. Strecken. Wenden. Jetzt den Bogen darüber. Dann wieder den Bogen zurück. Ist gestreckt. Und dann zurückziehen. Ja, das muss ich nicht machen. Okay. Okay. Weich ist sehr Qigong-haft. Aber das ist hier ein besonderes Qigong. Mach es mal so ein bisschen martiales. Schau mal. Um da ein anderes Verhältnis zu kriegen. Du wirst gleich wieder weicher. Ba. Ba. Da. Da. Gut. Andere Seite. Da. 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 Vor. Rüber. Nach vorne. Zurück. Vor. Rüber. Zurück. Zurück. So. Und jetzt machst du es wieder anders. Ja. Gut. Jetzt machst du es noch ein bisschen weicher wieder. Dann. Vorschieben. Wenden. Ab der zweiten Hälfte des Weges. Komm runter. Baumfundament werden unten schwer. Weil wenn du zu früh mit sowas anfängst, dann verwischt die Übung irgendwann. Wenn du sehr sicher in der Übung bist, hast du ein paar Wochen, ein paar Monate gemacht, dann kannst du das alles machen. Aber erstmal sicher im Ablauf sein. Ja. Erstmal nicht gleich ineinander übergehen. Wenn du jetzt zurückkommst, warte erst mal. Also. Und zu gestreckt die Position runder. Ich muss. Das führt jetzt zu einer Straffung. Aufrichten und Schulterblätter, die Innenseiten der Schulterblätter zusammenführen. Das heißt, Brust raus. Und jetzt die Finger weiter erst mal so stehen. Jetzt ein bisschen strecken die Hände. So. Und ruhig mal aufrichten erstmal. Und übertrieben aufgerichtet stehen. Dass du da mal spürst, dass sich da was tut. So. Hier stehst du ein bisschen straff. Ja. Und jetzt gehst du ins Lockere. Wenn du floschst. Und sind hier im Hohlkreuz oder? Nein, hier oben eben. Ach so oben. Gut. Jetzt schiebst du vor. Stell dir vor, du steckst voll Gefühl. Und du hast keine andere Ausdrucksmöglichkeit, die ganze Woche lang, als dein Gefühl in dieser Bewegung anderen mitzuteilen. Du hast ein wunderbares Gefühl. Du hast eine Botschaft an die Menschheit. Du hast keine andere Geste. Du kannst dieses super Gefühl nur mit dieser Geste der Menschheit vermitteln. Komm langsamer. Ja. Ja. Gut. So, dann versuch mal mit mir. Und dann versuch mal mit mir. und tauch ein wie ein Brocken aus Salz ins Meer und löst dich auf. Gut, Hände überbohren, bloß dann schiebst du so vor, um gegen Wasser zu drücken, ja nicht so, weil du wirst nicht zurückgeworfen, wenn du so reinschaust, bist du zurückgeworfen, also weicher, fließender, Kaugummimäßiger werden noch, schau mal, die Bewegung ist richtig, die ist verstanden, aber jetzt geht es noch ums Schmelzen, das ist die nächste höhere Stufe, das Schmelzen, das Einswerden mit der Umgebung, du wirst zur Luft und die Luft wird zu dir, all die Atome um dich herum, die werden zu einem Teil von dir und die Atome, die dich ausmachen, werden zum Teil der Umgebung. Also, ich war irgendwann mal, hatte so ein Buch gelesen von einem Meister, ging weit gefahren, hab dann Seminar besucht, waren vielleicht zwei Leute mehr als wir hier sind und super Buch und ich war also so ein bisschen aufgeregt, ne, die große Prüfung und dann standen wir da so im Kreis und dann kam er als erstes zu mir, guckt sich sehr interessiert und sehr genau an, was ich da mache, und dann sagt er zu mir, sehr gut, ah, ich war glücklich. Hier geht er zum nächsten, guckt sich sehr aufmerksam an, wie er kreist, skeptisch und dann sagt er lächernd, sehr gut, sehr gut, kam der nächste dran und sich ganz genau an, wie er kreist, großer Spannungseffekt und dann sagt er, sehr gut. Also, das ist die ganze Runde, acht Leute, ne, also... Also, ich hab dann schnell festgestellt, dass ich mich selbst prätisieren musste. Okay, die nächste... Auch hier jetzt erstmal aus dem Tai Chi raus, die beiden Positionen erstmal. Das hier, den Ellbogen ein bisschen, ja, so, okay. Fingerspitzen sind dicht von anderen, Fingerzeigen zu anderen, gut. So, und dann mal die Position, so, das sind die Wendepunkte. Und da kommst du dann hin, jeweils. Und daraus geht es hervor. Also, Ballkreisen vergessen, also mit Wasser spielen, das ist auch geschöpft. Ja, und ein bisschen mehr Ellbogenaktion. Ja, also nicht, dass da so eine Situation kommt, dass eine Hand höher ist. Ein Fluss beim Heben nicht schneller werden. Ein gleichmäßiger Fluss. So, äh... A, es ist das kontinuierliche Wenden der Hände. Aber B ist es, es hat etwas vom Tragen und Umfassen, wenn es unten ist. Schau mal, ich setze mal die Fingergruppen aufeinander. Mit den Fingergruppen aufeinander. So eine Eselsbrücke. Dann mal andersrum. Ja. Gut. Und gleich hoch immer. Nicht nach dem Wenden, dass eine höher ist als die andere. Gleich hoch. Und dann schaust du, dass du da drüber ins tiefe Fühlen und findest. Wenn du unten bist, machst du eine kleine Pause, um dann die andere Seite zu drehen. Also du hast eine Vorstellung vom Kreis und beim Üben orientierst dich immer an deiner Vision vom Kreis. Und du hast eine Vorstellung, du weißt, wenn du unten bist, bist du so absolutes Yang zum Himmel. Wenn du oben bist, bist du so absolutes Yin zur Erde. Und dazwischen wendest du kontinuierlich. Das ist die Herausforderung. Gut. Die nächste. Es geht darum, dass der Höhenunterschied in der Bewegung nicht so groß ist. Schau mal, wenn du so machst, dann hast du einen Höhenunterschied von 30, 35 Zentimetern. Du bringst zunächst erstmal gar keinen Höhenunterschied rein. So, wenn du jetzt da eine junge Truppe hast von Leuten, die Anfänger sind, dann kannst du die erstmal, damit die beschäftigt sind, kannst du denen was von Vorstellungen erzählen. Aber du selbst musst wissen, dass der Höhere Weg ohne Vorstellung ist. Ja. Gut. Dann haben wir die drei durch. Hände beim Boden. Verwurzeln, Erden. Es kann sein, dass euch jemand anders was anderes erzählt, aber dafür bin ich, ich bin ein Individuum. Und das ist Seth Smallway. Und wir wissen ja, das ist eine hochbesante Geschichte, richtig falsch. Also, wenn du unten bist, machst du mal eine Pause. Schau mal, erkennst du einen Unterschied. Ich übertreibe mal, wie du es machst. So, und jetzt mache ich es, wie ich es mache. Also, die Arme nicht so nach vorne gestreckt. Du bist dichter am Körper. Ja, so ist besser. Du bist dichter am Körper. Also, erst mal wirklich trennen, vorschieben, wenden, rübergehen, verweilen, rübergehen. Noch nicht wenden, erst ankommen, dann wenden. Also, wenn du das hunderte Mal gemacht hast, dann kannst du das ineinander fließen lassen. Guck mal, Hände nicht ganz so hoch und Kopf nicht ganz so tief aus. Also, du kommst so. Da. Ja. Okay. Also, Hände nicht ganz so hoch schieben und Kopf nicht ganz so tief senken. Also, erst mal, um sicher zu werden, fraktionieren. Vor, wenden, einen Augenblick aus, aus, noch mal. Vor, wenden, rüber. Hier müssen wir sowieso warten. Zurück, zurück, wenden, rüber, die andere, vor, wenden, rüber, hier warten wir sowieso, zurück, zurück. So, und jetzt noch darauf achten, der Höhrenunterschied ist noch zu groß mit der Hand, die aktiv ist. Vor, wenden. So, dann bist du schon zu hoch. Schau mal, das Rausstrecken, also nicht so zur Seite rausstrecken, wir machen es mal zusammen. Ich drehe dich mal so zu hoch, frontal, dass du hier, ja, genau. Arme werden nie länger. Arme werden auch nie kürzer. Der Winkel bleibt immer, wenn alle ja gleich überwunden sind, hinterhalten. Es geht um meine Schulter, es geht um meine Oberarme, es geht um meine Unterarme, es geht um meine Hände, es geht um meine Feder. So, das bleibt immer so. So, das bleibt immer so.